Hallo Kochfans, ich begrüße euch zum achten Türchen im Cooking Area Adventskalender. Und was es heute gibt, seht ihr jetzt. Heute machen wir Honigkuchen, Mehl, Mandeln, Lebkuchengewürz, Ingwer, Pottasche, Hirschhornsalz und eine Prise Salz vermengen wir miteinander. Honig, Zucker und Butter erwärmen wir so lange, bis sich der komplette Zucker aufgelöst hat. In die nicht zu heiße Honigmischung geben wir dann die Citruszesten und die Milch hinein und lassen alles abkühlen. Den abgekühlten Honigmix vermengen wir mit der Mehlmischung. Anschließend müssen noch die Eier untergearbeitet werden. Den Teig geben wir in eine gebutterte Kastenform. Diese geben wir bei 180 Grad für ca. 75 Minuten in den Backofen. Nach 35 Minuten geben wir Alufolie auf die Form, damit uns der Kuchen nicht verbrennt. Christ, the Lord, sing choirs of angels, sing in exultation, sing, all ye citizens of heaven. Sagt mir doch einfach mal, ob ihr so wie ich seid, liebt ihr Weihnachtsmärkte über alles, oder seid ihr so, oh nee, es ist immer so voll und alles so teuer, kommentiert einfach mal unten und teilt mir einfach mal mit, wie ihr Weihnachtsmärkte findet. Das war das Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir wie immer einen Daumen nach oben und kommentiert das Video. Hier könnt ihr den Channel noch abonnieren. Bis morgen wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend und kocht weiter. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.